Dialog 1 Guten Tag, Frau Rath. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mich erst mal etwas umsehen. Ich plane ein großes Essen und brauche etwas Inspiration für das Menü. Natürlich. Sehen Sie sich ruhig in Ruhe um. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier vorne und räume die Zucchini-Blüten ins Regal. Zucchini-Blüten? Das hört sich interessant an. Was kann man denn damit machen? Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie kurz frittieren oder mit Ricotta füllen. Das ist eine leckere italienische Vorspeise. Wie interessant. Das muss ich ausprobieren. Packen Sie mir bitte zehn Stück zum Probieren ein. Sehr gern. Was brauchen Sie denn für Ihr Menü? Suchen Sie Obst oder Gemüse? Ich suche ein Gemüse, das gut zu Kaninchen passt. Mein Mann möchte unbedingt, dass es bei der Feier Kaninchenbraten gibt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, welches Gemüse gut dazu passen könnte. Kaninchen wird sehr oft zusammen mit Würsing gegessen. Wir haben gerade sehr schönen Würsing hier. Sehen Sie mal. Er ist frisch und mild im Geschmack und kommt aus der Region. Würsing, also? Mhm. Das ergibt Sinn. Würsing passt ja zu den meisten Braten. Warum also eigentlich nicht? Geben Sie mir bitte zwei Köpfe Würsing. Natürlich. Ich packe sie Ihnen ein. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das wär's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dialog 1 Guten Tag, Frau Rath. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mich erst mal etwas umsehen. Ich plane ein großes Essen und brauche etwas Inspiration für das Menü. Natürlich. Sehen Sie sich ruhig in Ruhe um. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier vorne und räume die Zucchini-Blüten ins Regal. Zucchini-Blüten? Das hört sich interessant an. Was kann man denn damit machen? Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie kurz frittieren oder mit Ricotta füllen. Das ist eine leckere italienische Vorspeise. Wie interessant. Das muss ich ausprobieren. Packen Sie mir bitte zehn Stück zum Probieren ein. Sehr gern. Was brauchen Sie denn für Ihr Menü? Suchen Sie Obst oder Gemüse? Ich suche ein Gemüse, das gut zu Kaninchen passt. Mein Mann möchte unbedingt, dass es bei der Feier Kaninchenbraten gibt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, welches Gemüse gut dazu passen könnte. Kaninchen wird sehr oft zusammen mit Würsing gegessen. Wir haben gerade sehr schönen Würsing hier. Sehen Sie mal. Er ist frisch und mild im Geschmack und kommt aus der Region. Würsing also. Mhm. Das ergibt Sinn. Würsing passt ja zu den meisten Braten. Warum also eigentlich nicht? Geben Sie mir bitte zwei Köpfe Würsing. Natürlich. Ich packe sie Ihnen ein. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das wär's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dialog 2 Das ist die WM 1015. Sie wird für Tischdecken, Bettlaken oder auch für Bettdecken benutzt. Die gesamte Wäsche des Hotels Klostergarten wird hier gereinigt. Das ist beeindruckend. Wie viel Wäsche passt denn in die Waschmaschine? Bis zu 15 Kilo werden in einem Waschgang gereinigt. Ist die Bedienung sehr kompliziert? Nein. Im Grunde ist die Bedienung wie bei einer normalen Waschmaschine. Hier auf dem Display werden die Programme im Menü elektronisch eingestellt. Oje. Das hört sich aber sehr kompliziert an. Nein, gar nicht. Schau mal. Hier sind die Programme. Es gibt 10 Programme. Also zum Beispiel Baumwolle. Ah ja. Muss ich denn noch die Temperatur eingeben? Ja, hier wird die Temperatur eingegeben. Hohe Temperaturen werden oft bei der Reinigung von Tischdecken benötigt. Wird das Waschmittel automatisch vom Programm dosiert? Ja, die Dosierung entspricht immer dem Waschprogramm. Du musst also nichts mehr machen. Ach, schön. Und was passiert danach? Danach kann die Wäsche in den Wäschetrockner und bei Bedarf wird sie gebügelt. Dialog 2 Das ist die WM 1015. Sie wird für Tischdecken, Bettlaken oder auch für Bettdecken benutzt. Die gesamte Wäsche des Hotels Klostergarten wird hier gereinigt. Das ist beeindruckend. Wie viel Wäsche passt denn in die Waschmaschine? Bis zu 15 Kilo werden in einem Waschgang gereinigt. Ist die Bedienung sehr kompliziert? Nein. Im Grunde ist die Bedienung wie bei einer normalen Waschmaschine. Hier auf dem Display werden die Programme im Menü elektronisch eingestellt. Oh je, das hört sich aber sehr kompliziert an. Nein, gar nicht. Schau mal, hier sind die Programme. Es gibt 10 Programme, also zum Beispiel Baumwolle. Ah ja, muss ich denn noch die Temperatur eingeben? Ja, hier wird die Temperatur eingegeben. Hohe Temperaturen werden oft bei der Reinigung von Tischdecken benötigt. Wird das Waschmittel automatisch vom Programm dosiert? Ja, die Dosierung entspricht immer dem Waschprogramm. Du musst also nichts mehr machen. Ach, schön. Und was passiert danach? Danach kann die Wäsche in den Wäschetrockner und bei Bedarf wird sie gebügelt. Dialog 3 Hausmann? Hallo Carla, hier ist Daya. Ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn passiert? Nun, ich habe hier ja die vielen Hemden der Firma Schulte. Sie wurden alle bereits gereinigt. Nun müsste ich sie bügeln. Ja, das ist richtig. Die Firmenkleidung der Firma Schulte wird immer bei uns gereinigt. Alle Hemden werden dann gebügelt und gefaltet. Ja, ja, aber die Hemden werden doch nicht mit dem Bügeleisen von Hand gebügelt, oder? Auf keinen Fall. Das sind zu viele. Wir haben doch die Bügelmaschinen für Hemden. Die habe ich auch versucht zu verwenden, aber sie funktioniert nicht. Was meinst du genau? Das Wasser wird nicht erhitzt und die Hemden werden einfach nicht glatt, weil kein Dampf entsteht. Hm, verstehe. Wird denn die Temperatur angezeigt? Das weiß ich nicht. Dann machen wir es so. Rufe doch bitte den technischen Kundendienst an. Ich komme auch gleich vorbei. Die Nummer findest du im Ordner im kleinen Regal im Büro von... Dialog 3 Hausmann? Hallo, Carla. Hier ist Daya. Ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn passiert? Nun, ich habe hier ja die vielen Hemden der Firma Schulte. Sie wurden alle bereits gereinigt. Nun müsste ich sie bügeln. Ja, das ist richtig. Die Firmenkleidung der Firma Schulte wird immer bei uns gereinigt. Alle Hemden werden dann gebügelt und gefaltet. Ja, ja, aber die Hemden werden doch nicht mit dem Bügeleisen von Hand gebügelt, oder? Auf keinen Fall. Das sind zu viele. Wir haben doch die Bügelmaschinen für Hemden. Die habe ich auch versucht zu verwenden, aber sie funktioniert nicht. Was meinst du genau? Das Wasser wird nicht erhitzt und die Hemden werden einfach nicht glatt, weil kein Dampf entsteht. Hm, verstehe. Wird denn die Temperatur angezeigt? Das weiß ich nicht. Dann machen wir es so. Rufe doch bitte den technischen Kundendienst an. Ich komme auch gleich vorbei. Die Nummer findest du im Ordner im kleinen Regal im Büro von... Dialog 4 Also, Tülin, jetzt wird's ernst. Hier im Betriebshof müssen wir besonders auf den Arbeitsschutz achten. Deshalb findet man überall die Sicherheitszeichen. Kennst du ein paar Sicherheitszeichen? Hm, ich bin mir nicht sicher. Spontan fallen mir nur die Verbotszeichen ein. Richtig. Dann gibt es zum Beispiel noch Rettungszeichen, Brandschutzzeichen und Warnzeichen. Aha. Und was bedeutet das? Hier sind zum Beispiel die Rettungszeichen. Die zeigen alles an, was mit Rettung und medizinischer Behandlung zu tun hat. Ja, das hier ist der erste Hilfekasten. Richtig. Rettungszeichen sind immer grün. Das hier sind Brandschutzzeichen. Diese zeigen uns immer an, was im Brandfall zu tun ist. Es ist zum Beispiel immer gut zu wissen, wo man einen Feuerlöscher findet. Brandschutzzeichen sind rot. Ich verstehe. Und die Warnzeichen warnen... Vor einer Gefahr. Ja, genau. Wir sammeln ja auch Batterien ein. Sie bestehen aus giftigen Stoffen. Die lagern wir hier drüben. Deshalb steht hier auch das Zeichen für giftige Stoffe. Du weißt wirklich bestens Bescheid. Vor lauter Gefahr würde ich am liebsten weglaufen. Da, wie das Männchen auf dem Zeichen für Fluchtweg. Ach, wir hoffen mal, dass du nicht so schnell hier weg willst. Du bist ja noch nicht so lange in unserem Team. Dialog 4 Also, Thülin, jetzt wird's ernst. Hier im Betriebshof müssen wir besonders auf den Arbeitsschutz achten. Deshalb findet man überall die Sicherheitszeichen. Kennst du ein paar Sicherheitszeichen? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Spontan fallen mir nur die Verbotszeichen ein. Richtig. Dann gibt es zum Beispiel noch Rettungszeichen, Brandschutzzeichen und Warnzeichen. Aha. Und was bedeutet das? Hier sind zum Beispiel die Rettungszeichen. Die zeigen alles an, was mit Rettung und medizinischer Behandlung zu tun hat. Ja, das hier ist der erste Hilfekasten. Richtig. Rettungszeichen sind immer grün. Das hier sind Brandschutzzeichen. Diese zeigen uns immer an, was im Brandfall zu tun ist. Es ist zum Beispiel immer gut zu wissen, wo man einen Feuerlöscher findet. Brandschutzzeichen sind rot. Ich verstehe. Und die Warnzeichen warnen... Vor einer Gefahr. Ja, genau. Wir sammeln ja auch Batterien ein. Sie bestehen aus giftigen Stoffen. Die lagern wir hier drüben. Deshalb steht hier auch das Zeichen für giftige Stoffe. Du weißt wirklich bestens Bescheid. Vor lauter Gefahr würde ich am liebsten weglaufen. Da, wie das Männchen auf dem Zeichen für Fluchtweg. Ach, wir hoffen mal, dass du nicht so schnell hier weg willst. Du bist ja noch nicht so lange in unserem Team. Dialog 5 Rettungsdienst. Mein Name ist Harald Baum. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wir brauchen sofort Hilfe. Mein Kollege hatte einen Unfall. Es tut mir so leid. Ich habe die Mülltonne nicht richtig verriegelt. Langsam, langsam. Atmen Sie tief durch und bleiben Sie bitte ruhig. Wo sind Sie jetzt? Wir sind in der Lessingstraße, Nummer, ähm, gegenüber vom Friseurladen. Ach, da steht es. Lessingstraße 42. Was ist denn genau passiert? Mein Kollege, unser Fahrer Horst Sanders und ich waren auf der Abfuhrtour in der Südstadt und wollten die Restmüllbehälter entleeren als... Hatten Sie einen Unfall? Nein, nicht ich. Mein Kollege Sami Abdul. Als wir in der Lessingstraße ankamen, habe ich eine Mülltonne an den Müllwagen an die Kippvorrichtung gehängt und danach den Knopf zum Anheben und Kippen der Mülltonne betätigt. Ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Wie auch immer, jedenfalls ist die Tonne meinem Kollegen auf den Kopf gefallen. Okay. Ist Ihr Kollege denn ansprechbar? Er ist zwar ansprechbar, aber er liegt noch auf dem Boden. Lassen Sie ihn bitte liegen. Legen Sie eine Jacke unter seinen Kopf und bleiben Sie bei ihm. Sind Sie allein oder sind noch weitere Kollegen da? Mein Kollege Horst Sanders ist noch da. In Ordnung. Kümmern Sie sich beide um Ihren Kollegen. Gibt es sonst noch Verletzte? Geht es Ihnen denn gut? Mir geht's gut, ja. Nein, es gibt keine weiteren Verletzten. Nur mein Kollege. Bitte kommen Sie schnell. Ja, das machen wir. Ich müsste noch eine Sache wissen. Welche Verletzungen hat Ihr Kollege denn? Er hat eine Wunde am Kopf. Er blutet stark. Versuchen Sie, die Blutung mit einem sauberen Tuch zu stoppen. Ein Krankenwagen kommt sofort und ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. Dialog 5 Rettungsdienst. Mein Name ist Harald Baum. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wir brauchen sofort Hilfe. Mein Kollege hatte einen Unfall. Es tut mir so leid. Ich habe die Mülltonne nicht richtig verriegelt. Langsam, langsam. Atmen Sie tief durch und bleiben Sie bitte ruhig. Wo sind Sie jetzt? Wir sind in der Lessingstraße. Nummer, ähm, gegenüber vom Friseurladen. Ach, da steht es. Lessingstraße 42. Was ist denn genau passiert? Mein Kollege, unser Fahrer Horst Sanders und ich waren auf der Abfuhrtour in der Südstadt und wollten die Restmüllbehälter entleeren als... Hatten Sie einen Unfall? Nein, nicht ich. Mein Kollege Sami Abdul. Als wir in der Lessingstraße ankamen, habe ich eine Mülltonne an den Müllwagen an die Kippvorrichtung gehängt und danach den Knopf zum Anheben und Kippen der Mülltonne betätigt. Ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Wie auch immer, jedenfalls ist die Tonne meinem Kollegen auf den Kopf gefallen. Okay. Ist Ihr Kollege denn ansprechbar? Er ist zwar ansprechbar, aber er liegt noch auf dem Boden. Lassen Sie ihn bitte liegen. Legen Sie eine Jacke unter seinen Kopf und bleiben Sie bei ihm. Sind Sie allein oder sind noch weitere Kollegen da? Mein Kollege Horst Sanders ist noch da. In Ordnung. Kümmern Sie sich beide um Ihren Kollegen. Gibt es sonst noch Verletzte? Geht es Ihnen denn gut? Mir geht es gut, ja. Nein, es gibt keine weiteren Verletzten. Nur mein Kollege. Bitte kommen Sie schnell. Ja, das machen wir. Ich müsste noch eine Sache wissen. Welche Verletzungen hat Ihr Kollege denn? Er hat eine Wunde am Kopf. Er blutet stark. Versuchen Sie, die Blutung mit einem sauberen Tuch zu stoppen. Ein Krankenwagen kommt sofort und ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. Dialog 6 Schönen Feierabend, Herr Kelmendi. Ach, übrigens, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Sie sind ein zuverlässiger Fahrer. Weiter so. Oh, danke. Ja, wirklich. Auch Ihre Kommunikation mit den Fahrgästen ist freundlich und souverän. Danke. Das höre ich gern. Ich arbeite auch sehr gern bei Nuria. Wissen Sie schon, wie es nach der Testphase weitergeht? Dazu kann ich im Moment gar nichts sagen. Nuria ist noch jung und die Testphase dauert noch ein bisschen. Bestimmt können wir aber bald mehr dazu sagen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Schönen Feierabend, Herr Kelmendi. Ach, übrigens, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Sie sind ein zuverlässiger Fahrer. Weiter so. Oh, danke. Ja, wirklich. Auch Ihre Kommunikation mit den Fahrgästen ist freundlich und souverän. Danke. Das höre ich gern. Ich arbeite auch sehr gern bei Nuria. Wissen Sie schon, wie es nach der Testphase weitergeht? Dazu kann ich im Moment gar nichts sagen. Nuria ist noch jung und die Testphase dauert noch ein bisschen. Bestimmt können wir aber bald mehr dazu sagen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Dialog 7 Was ist denn los, Fabio? Ach, nichts. Wirklich? Nichts? Doch, ganz ehrlich mir. Die Chefin schon wieder. Ich ärgere mich, weil sie mich schon wieder nicht in der Frühschicht eingeteilt hat. Dabei ist das echt ungünstig für mich, wenn ich bis fünf arbeiten muss. Weißt du, meine Kinder kommen um halb drei aus der Schule und meine Frau ist nachmittags im Deutschkurs. Ja, das verstehe ich. Hast du das unserer Chefin deutlich genug gesagt? Na ja, nicht wirklich. Ich dachte, sie weiß, dass ich wegen meiner Familie nicht immer so lange auf der Arbeit bleiben kann. Hm, na ja. Ich glaube, sie kann noch keine Gedanken lesen. Vielleicht musst du es ihr einfach direkt sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie könnte sich ärgern, wenn ich darüber spreche. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich es ansprechen kann? Hm, am besten sprichst du es höflich an und erklärst ihr in Ruhe deine Situation mit deinen Kindern. Ich bin sicher, sie versteht das. Ja, das stimmt. Das könnte ich mal versuchen. Ja, mach das auf jeden Fall. Du kannst ihr auch gern sagen, dass du meine Frühschichten übernehmen kannst. Und ich nehme dafür deine Spätschichten. Dann kann ich länger schlafen. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke für das Angebot. Dialog 7 Was ist denn los, Fabio? Ach, nichts. Wirklich? Nichts? Doch, ganz ehrlich mir. Die Chefin schon wieder. Ich ärgere mich, weil sie mich schon wieder nicht in der Frühschicht eingeteilt hat. Dabei ist das echt ungünstig für mich, wenn ich bis fünf arbeiten muss. Was? Weißt du, meine Kinder kommen um halb drei aus der Schule und meine Frau ist nachmittags im Deutschkurs. Ja, das verstehe ich. Hast du das unserer Chefin deutlich genug gesagt? Naja, nicht wirklich. Ich dachte, sie weiß, dass ich wegen meiner Familie nicht immer so lange auf der Arbeit bleiben kann. Hm, naja. Ich glaube, sie kann noch keine Gedanken lesen. Vielleicht musst du es ihr einfach direkt sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie könnte sich ärgern, wenn ich darüber spreche. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich es ansprechen kann? Hm, am besten sprichst du es höflich an und erklärst ihr in Ruhe deine Situation mit deinen Kindern. Ich bin sicher, sie versteht das. Ja, das stimmt. Das könnte ich mal versuchen. Ja, mach das auf jeden Fall. Du kannst ihr auch gern sagen, dass du meine Frühschichten übernehmen kannst. Und ich nehme dafür deine Spätschichten. Dann kann ich länger schlafen. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke für das Angebot. Dialog 8 Nun, Herr Schirwani, Sie haben mich um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Um was geht es denn? Nun ja, ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Es ist so, im Moment haben wir eine schlechte Auftragslage. Deswegen mussten Sie ja schon einige neuen Kollegen kündigen. Ich habe im Moment Angst, dass auch ich in der nächsten Zeit gekündigt werden könnte. Können wir offen miteinander sprechen? Hm. Nun, wir haben tatsächlich wenig Aufträge und dadurch auch wenig Einnahmen. Dafür haben wir aber hohe Kosten bei den Elektroautos. Wenn sich die Lage nicht verbessert... Ich verstehe. Also, es gibt von meiner Seite Neuigkeiten. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich könnte bei den Verkehrsbetrieben als Busfahrer arbeiten. Ich müsste aber schnell eine Entscheidung treffen. Die Verkehrsbetriebe suchen jetzt gerade dringend Personal. Sie wollen also kündigen und die Möglichkeit nutzen? Nun ja. Die Verkehrsbetriebe sind ein attraktiver Arbeitgeber. Ich kann sie schon verstehen. Dialog 8 Nun, Herr Schirwani, Sie haben mich um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Um was geht es denn? Nun ja. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Es ist so. Im Moment haben wir eine schlechte Auftragslage. Deswegen mussten Sie ja schon einige neuen Kollegen kündigen. Ich habe im Moment Angst, dass auch ich in der nächsten Zeit gekündigt werden könnte. Können wir offen miteinander sprechen? Hm. Nun, wir haben tatsächlich wenig Aufträge und dadurch auch wenig Einnahmen. Dafür haben wir aber hohe Kosten bei den Elektroautos. Wenn sich die Lage nicht verbessert... Ich verstehe. Also, es gibt von meiner Seite Neuigkeiten. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich könnte bei den Verkehrsbetrieben als Busfahrer arbeiten. Ich müsste aber schnell eine Entscheidung treffen. Die Verkehrsbetriebe suchen jetzt gerade dringend Personal. Sie wollen also kündigen und die Möglichkeit nutzen? Nun ja. Die Verkehrsbetriebe sind ein attraktiver Arbeitgeber. Ich kann Sie schon verstehen. Dialog 9 Guten Tag, Herr Abdul. Sie wollten mit mir über eine Elternzeitregelung sprechen. Richtig? Guten Tag, Frau Heimann. Ja, richtig. Meine Frau geht in vier Wochen in Mutterschutz. Ich verstehe. Unser Kind wird in etwa zweieinhalb Monaten geboren. Es wird ein Mädchen. Ich würde gern einen Teil der Elternzeit nehmen. Es ist unser erstes Kind. Und ich weiß nicht, wie die Elternzeit für Väter gesetzlich geregelt ist und wie das hier bei den Stadtwerken bewilligt wird. Können Sie mir dazu bitte mehr sagen? Also, erst einmal die rechtlichen Regelungen. Später können wir dann über ihre Vorstellungen sprechen. Laut Gesetzgeber können beide Elternteile drei Jahre lang in Elternzeit gehen und beide Elternteile können auch gleichzeitig Elternzeit nehmen. Ach so. Wir müssen das also gar nicht hintereinander in Anspruch nehmen. Und die drei Jahre müssen auch nicht auf beide Eltern aufgeteilt werden? Genau. Das heißt, ihre Arbeitsplätze müssen drei Jahre lang für sie beide gesichert werden. Im Übrigen muss man die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen. Mütter können auch nach dem Ende der Schutzfrist, also acht Wochen nach der Geburt, wieder arbeiten. Bekommen wir während dieser Zeit weiter unser Gehalt? Sie bekommen während ihrer Elternzeit kein Gehalt, sondern Elterngeld vom Staat. Jedoch zu zweit maximal 14 Monate. Ist das Elterngeld genauso hoch wie das Gehalt? Nein, im Durchschnitt sind das 65 Prozent des Nettogehalts. Aber höchstens 1800 Euro netto im Monat. Ich verstehe. Wann müsste ich Ihnen mitteilen, dass ich in Elternzeit gehe? Das müssen Sie sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich mitteilen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Vielen Dank. Dann müssen meine Frau und ich noch ein paar Entscheidungen treffen. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, wie Sie sich die Elternzeit aufteilen wollen oder ob Ihre Frau die gesamte Zeit in Anspruch nimmt und Sie nur ein paar Wochen. Dialog 9 Guten Tag, Herr Abdul. Sie wollten mit mir über eine Elternzeitregelung sprechen, richtig? Guten Tag, Frau Heimann. Ja, richtig. Meine Frau geht in vier Wochen in Mutterschutz. Ich verstehe. Unser Kind wird in etwa zweieinhalb Monaten geboren. Es wird ein Mädchen. Ich würde gern einen Teil der Elternzeit nehmen. Es ist unser erstes Kind und ich weiß nicht, wie die Elternzeit für Väter gesetzlich geregelt ist und wie das hier bei den Stadtwerken bewilligt wird. Können Sie mir dazu bitte mehr sagen? Also erst einmal die rechtlichen Regelungen. Später können wir dann über Ihre Vorstellungen sprechen. Laut Gesetzgeber können beide Elternteile drei Jahre lang in Elternzeit gehen und beide Elternteile können auch gleichzeitig Elternzeit nehmen. Ach so. Wir müssen das also gar nicht hintereinander in Anspruch nehmen. Und die drei Jahre müssen auch nicht auf beide Eltern aufgeteilt werden? Genau. Das heißt, ihre Arbeitsplätze müssen drei Jahre lang für sie beide gesichert werden. Im Übrigen muss man die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen. Mütter können auch nach dem Ende der Schutzfrist, also acht Wochen nach der Geburt, wieder arbeiten. Bekommen wir während dieser Zeit weiter unser Gehalt? Sie bekommen während ihrer Elternzeit kein Gehalt, sondern Elterngeld vom Staat. Jedoch zu zweit maximal 14 Monate. Ist das Elterngeld genauso hoch wie das Gehalt? Nein, im Durchschnitt sind das 65 Prozent des Nettogehalts. Aber höchstens 1800 Euro netto im Monat. Ich verstehe. Wann müsste ich Ihnen mitteilen, dass ich in Elternzeit gehe? Das müssen Sie sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich mitteilen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Vielen Dank. Dann müssen meine Frau und ich noch ein paar Entscheidungen treffen. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, wie Sie sich die Elternzeit aufteilen wollen oder ob Ihre Frau die gesamte Zeit in Anspruch nimmt und Sie nur ein paar Wochen... Dialog 10 Hallo, Frau Schmitz. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie gut hierher gefunden? Guten Tag, Frau Niermann. Ja, das war ein bisschen kompliziert. Ich habe mich erst einmal ganz schön verlaufen. Aber glücklicherweise bin ich ja früh losgefahren und konnte es noch rechtzeitig schaffen. Ja, diese kleine Straße ist wirklich nicht so leicht zu finden. Aber jetzt wissen Sie ja, wo wir sind. Setzen Sie sich gern und möchten Sie etwas trinken? Vielen Dank, nicht nötig. Gut, dann können wir direkt anfangen. Sie haben mir geschrieben, dass Sie kürzlich Ihre Gesellenprüfung zur Friseurin abgelegt haben. Glückwunsch. Wir suchen ja auch eine fertige Friseurin. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Jetzt muss ich mich erst einmal erholen. Nächste Woche fahre ich in Urlaub. Ja, Sie haben geschrieben, dass Sie ab September zur Verfügung stehen. Für uns wäre der August natürlich besser, weil die Kollegin in Mutterschutz geht. Aber wir werden das schon schaffen. Erzählen Sie doch ein bisschen von sich und Ihrer Ausbildung. Dialog 11 Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Sehen Sie, ich habe letzte Woche diesen Pullover bei Ihnen gekauft. Ich finde ihn sehr schön, aber leider bin ich allergisch gegen das Material. Als ich den Pullover getragen habe, bekam ich rote Flecken an den Armen. Oh, das habe ich noch nie gehört. Sind Sie sicher, dass es von dem Pullover kommt? Ja, ich habe es zweimal probiert. Ganz sicher. Deshalb würde ich den Pullover gern zurückgeben. Erstatten Sie vielleicht den Kaufpreis? Mal sehen, ob ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Ach nein, der Pullover war ein Sonderangebot. Da kann ich Ihnen leider nur einen Gutschein anbieten. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich allergisch gegen das Material bin. Können Sie da keine Ausnahme machen? Der nächste Pullover macht wahrscheinlich die gleichen Probleme. Normalerweise darf ich das nicht, aber dies ist wirklich eine besondere Situation. Wir werden den Kaufpreis also ausnahmsweise erstatten. Dialog 11 Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Sehen Sie, ich habe letzte Woche diesen Pullover bei Ihnen gekauft. Ich finde ihn sehr schön, aber leider bin ich allergisch gegen das Material. Als ich den Pullover getragen habe, bekam ich rote Flecken an den Armen. Oh, das habe ich noch nie gehört. Sind Sie sicher, dass es von dem Pullover kommt? Ja, ich habe es zweimal probiert. Ganz sicher. Deshalb würde ich den Pullover gern zurückgeben. Erstatten Sie vielleicht den Kaufpreis? Mal sehen, ob ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Ach nein, der Pullover war ein Sonderangebot. Da kann ich Ihnen leider nur einen Gutschein anbieten. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich allergisch gegen das Material bin. Können Sie da keine Ausnahme machen? Der nächste Pullover macht wahrscheinlich die gleichen Probleme. Normalerweise darf ich das nicht, aber dies ist wirklich eine besondere Situation. Wir werden den Kaufpreis also ausnahmsweise erstatten. Dialog 12 Hallo, Herr Lohmann. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Mir auch, danke. Aber da ist etwas, das ich gern mit Ihnen besprechen möchte. Natürlich gern. Worum geht es denn? Ich weiß, dass Sie vor ein paar Monaten Vater geworden sind. Und ich freue mich sehr für Sie. Aber kann es sein, dass Sie im Moment viel Stress mit dem Baby haben? Naja, ich bekomme im Moment nicht so viel Schlaf. Das Baby wird oft wach und weint. Meine Frau und ich teilen uns die Arbeit, wissen Sie? Das verstehe ich natürlich. Aber Sie waren in den letzten Wochen wirklich oft unpünktlich bei der Arbeit. Das geht so nicht. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Ja, klar. Ich tue mein Bestes, um immer pünktlich zu sein. Das ist nicht leicht im Moment. Manchmal verpasse ich morgens die Bahn. Wenn morgens nicht genug Personal im Geschäft ist, ist das nicht kundenfreundlich. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Bitte entschuldigen Sie. Ich werde es in Zukunft besser machen. Dialog 12 Hallo, Herr Lohmann. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Mir auch, danke. Aber da ist etwas, das ich gern mit Ihnen besprechen möchte. Natürlich gern. Worum geht es denn? Ich weiß, dass Sie vor ein paar Monaten Vater geworden sind. Und ich freue mich sehr für Sie. Aber kann es sein, dass Sie im Moment viel Stress mit dem Baby haben? Naja, ich bekomme im Moment nicht so viel Schlaf. Das Baby wird oft wach und weint. Meine Frau und ich teilen uns die Arbeit, wissen Sie? Das verstehe ich natürlich. Aber Sie waren in den letzten Wochen wirklich oft unpünktlich bei der Arbeit. Das geht so nicht. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Ja, klar. Ich tue mein Bestes, um immer pünktlich zu sein. Das ist nicht leicht im Moment. Manchmal verpasse ich morgens die Bahn. Wenn morgens nicht genug Personal im Geschäft ist, ist das nicht kundenfreundlich. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Bitte entschuldigen Sie. Ich werde es in Zukunft besser machen. Dialog 13 Hallo, Irina. Willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Ich bin Mihai und arbeite schon seit fünf Jahren hier. Hallo, Mihai. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Wir haben echt Verstärkung gebraucht. Du fährst heute mit mir. Ich zeige dir gleich, wo die Kleiderkammer ist. Da kannst du deine Arbeitshandschuhe, den Anzug und die Schuhe abholen. Das habe ich schon gemacht. Ich war heute Morgen sehr früh da. Oh, sehr gut. Dann brauche ich dir nichts mehr zu zeigen. Du kannst dich direkt umziehen gehen. Alles klar, das mache ich. Gut. Wir treffen uns in einer Viertelstunde auf dem Parkplatz. Weißt du, wo der ist? Ja, den habe ich schon gesehen. Wunderbar. Dann kann es direkt losgehen. Bis gleich. Bis gleich. Dialog 13 Hallo, Irina. Willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Ich bin Mihai und arbeite schon seit fünf Jahren hier. Hallo, Mihai. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Wir haben echt Verstärkung gebraucht. Du fährst heute mit mir. Ich zeige dir gleich, wo die Kleiderkammer ist. Da kannst du deine Arbeitshandschuhe, den Anzug und die Schuhe abholen. Das habe ich schon gemacht. Ich war heute Morgen sehr früh da. Oh, sehr gut. Dann brauche ich dir nichts mehr zu zeigen. Du kannst dich direkt umziehen gehen. Alles klar, das mache ich. Gut, wir treffen uns in einer Viertelstunde auf dem Parkplatz. Weißt du, wo der ist? Ja, den habe ich schon gesehen. Wunderbar. Dann kann es direkt losgehen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dialog 1 Guten Tag, Frau Rath. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mich erst mal etwas umsehen. Ich plane ein großes Essen und brauche etwas Inspiration für das Menü. Natürlich. Sehen Sie sich ruhig in Ruhe um. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier vorne und räume die Zucchini-Blüten ins Regal. Zucchini-Blüten? Das hört sich interessant an. Was kann man denn damit machen? Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie kurz frittieren oder mit Ricotta füllen. Das ist eine leckere italienische Vorspeise. Wie interessant. Das muss ich ausprobieren. Packen Sie mir bitte zehn Stück zum Probieren ein. Sehr gern. Was brauchen Sie denn für Ihr Menü? Suchen Sie Obst oder Gemüse? Ich suche ein Gemüse, das gut zu Kaninchen passt. Mein Mann möchte unbedingt, dass es bei der Feier Kaninchenbraten gibt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, welches Gemüse gut dazu passen könnte. Kaninchen wird sehr oft zusammen mit Würsing gegessen. Wir haben gerade sehr schönen Würsing hier. Sehen Sie mal. Er ist frisch und mild im Geschmack und kommt aus der Region. Würsing also. Mhm. Das ergibt Sinn. Würsing passt ja zu den meisten Braten. Warum also eigentlich nicht? Geben Sie mir bitte zwei Köpfe Würsing. Natürlich. Ich packe sie Ihnen ein. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das wär's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dialog 1 Guten Tag, Frau Rath. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mich erst mal etwas umsehen. Ich plane ein großes Essen und brauche etwas Inspiration für das Menü. Natürlich. Sehen Sie sich ruhig in Ruhe um. Wenn Sie mich brauchen, ich bin hier vorne und räume die Zucchini-Blüten ins Regal. Zucchini-Blüten? Das hört sich interessant an. Was kann man denn damit machen? Oh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie kurz frittieren oder mit Ricotta füllen. Das ist eine leckere italienische Vorspeise. Wie interessant. Das muss ich ausprobieren. Packen Sie mir bitte zehn Stück zum Probieren ein. Sehr gern. Was brauchen Sie denn für Ihr Menü? Suchen Sie Obst oder Gemüse? Ich suche ein Gemüse, das gut zu Kaninchen passt. Mein Mann möchte unbedingt, dass es bei der Feier Kaninchenbraten gibt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, welches Gemüse gut dazu passen könnte. Kaninchen wird sehr oft zusammen mit Würsing gegessen. Wir haben gerade sehr schönen Würsing hier. Sehen Sie mal. Er ist frisch und mild im Geschmack und kommt aus der Region. Würsing also. Mhm. Das ergibt Sinn. Würsing passt ja zu den meisten Braten. Warum also eigentlich nicht? Geben Sie mir bitte zwei Köpfe Würsing. Natürlich. Ich packe sie Ihnen ein. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das wär's. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dialog 2 Das ist die WM 1015. Sie wird für Tischdecken, Bettlaken oder auch für Bettdecken benutzt. Die gesamte Wäsche des Hotels Klostergarten wird hier gereinigt. Das ist beeindruckend. Wie viel Wäsche passt denn in die Waschmaschine? Bis zu 15 Kilo werden in einem Waschgang gereinigt. Ist die Bedienung sehr kompliziert? Nein. Im Grunde ist die Bedienung wie bei einer normalen Waschmaschine. Hier auf dem Display werden die Programme im Menü elektronisch eingestellt. Oh je. Das hört sich aber sehr kompliziert an. Nein, gar nicht. Schau mal. Hier sind die Programme. Es gibt zehn Programme. Also zum Beispiel Baumwolle. Ah ja. Muss ich denn noch die Temperatur eingeben? Ja, hier wird die Temperatur eingegeben. Hohe Temperaturen werden oft bei der Reinigung von Tischdecken benötigt. Wird das Waschmittel automatisch vom Programm dosiert? Ja, die Dosierung entspricht immer dem Waschprogramm. Du musst also nichts mehr machen. Ach, schön. Und was passiert danach? Danach kann die Wäsche in den Wäschetrockner und bei Bedarf wird sie gebügelt. Das ist die WM 1015. Sie wird für Tischdecken, Bettlaken oder auch für Bettdecken benutzt. Die gesamte Wäsche des Hotels Klostergarten wird hier gereinigt. Das ist beeindruckend. Wie viel Wäsche passt denn in die Waschmaschine? Bis zu 15 Kilo werden in einem Waschgang gereinigt. Ist die Bedienung sehr kompliziert? Nein, im Grunde ist die Bedienung wie bei einer normalen Waschmaschine. Hier auf dem Display werden die Programme im Menü elektronisch eingestellt. Oje, das hört sich aber sehr kompliziert an. Nein, gar nicht. Schau mal, hier sind die Programme. Es gibt 10 Programme, also zum Beispiel Baumwolle. Ah ja, muss ich denn noch die Temperatur eingeben? Ja, hier wird die Temperatur eingegeben. Hohe Temperaturen werden oft bei der Reinigung von Tischdecken benötigt. Wird das Waschmittel automatisch vom Programm dosiert? Ja, die Dosierung entspricht immer dem Waschprogramm. Du musst also nichts mehr machen. Ach, schön. Und was passiert danach? Danach kann die Wäsche in den Wäschetrockner und bei Bedarf wird sie gebügelt. Hausmann? Hallo Carla, hier ist Daya. Ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn passiert? Nun, ich habe hier ja die vielen Hemden der Firma Schulte. Sie wurden alle bereits gereinigt. Nun müsste ich sie bügeln. Ja, das ist richtig. Die Firmenkleidung der Firma Schulte wird immer bei uns gereinigt. Alle Hemden werden dann gebügelt und gefaltet. Ja, ja, aber die Hemden werden doch nicht mit dem Bügeleisen von Hand gebügelt, oder? Auf keinen Fall. Das sind zu viele. Wir haben doch die Bügelmaschinen für Hemden. Die habe ich auch versucht zu verwenden, aber sie funktioniert nicht. Was meinst du genau? Das Wasser wird nicht erhitzt und die Hemden werden einfach nicht glatt, weil kein Dampf entsteht. Hm, verstehe. Wird denn die Temperatur angezeigt? Das weiß ich nicht. Dann machen wir es so. Rufe doch bitte den technischen Kundendienst an. Ich komme auch gleich vorbei. Die Nummer findest du im Ordner im kleinen Regal im Büro von... Dialog 3 Hausmann? Hallo, Carla. Hier ist Daya. Ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn passiert? Nun, ich habe hier ja die vielen Hemden der Firma Schulte. Sie wurden alle bereits gereinigt. Nun müsste ich sie bügeln. Ja, das ist richtig. Die Firmenkleidung der Firma Schulte wird immer bei uns gereinigt. Alle Hemden werden dann gebügelt und gefaltet. Ja, ja, aber die Hemden werden doch nicht mit dem Bügeleisen von Hand gebügelt, oder? Auf keinen Fall. Das sind zu viele. Wir haben doch die Bügelmaschinen für Hemden. Die habe ich auch versucht zu verwenden, aber sie funktioniert nicht. Was meinst du genau? Das Wasser wird nicht erhitzt und die Hemden werden einfach nicht glatt, weil kein Dampf entsteht. Hm, verstehe. Wird denn die Temperatur angezeigt? Das weiß ich nicht. Dann machen wir es so. Rufe doch bitte den technischen Kundendienst an. Ich komme auch gleich vorbei. Die Nummer findest du im Ordner im kleinen Regal im Büro von... Dialog 4 Also, Thülin, jetzt wird's ernst. Hier im Betriebshof müssen wir besonders auf den Arbeitsschutz achten. Deshalb findet man überall die Sicherheitszeichen. Kennst du ein paar Sicherheitszeichen? Hm, ich bin mir nicht sicher. Spontan fallen mir nur die Verbotszeichen ein. Richtig. Dann gibt es zum Beispiel noch Rettungszeichen, Brandschutzzeichen und Warnzeichen. Aha, und was bedeutet das? Hier sind zum Beispiel die Rettungszeichen. Die zeigen alles an, was mit Rettung und medizinischer Behandlung zu tun hat. Ja, das hier ist der erste Hilfekasten. Richtig. Rettungszeichen sind immer grün. Das hier sind Brandschutzzeichen. Diese zeigen uns immer an, was im Brandfall zu tun ist. Es ist zum Beispiel immer gut zu wissen, wo man einen Feuerlöscher findet. Brandschutzzeichen sind rot. Ich verstehe. Und die Warnzeichen warnen... Vor einer Gefahr, ja genau. Wir sammeln ja auch Batterien ein. Sie bestehen aus giftigen Stoffen. Die lagern wir hier drüben. Deshalb steht hier auch das Zeichen für giftige Stoffe. Du weißt wirklich bestens Bescheid. Vor lauter Gefahr würde ich am liebsten weglaufen. Da, wie das Männchen auf dem Zeichen für Fluchtweg. Ach, wir hoffen mal, dass du nicht so schnell hier weg willst. Du bist ja noch nicht so lange in unserem Team. Dialog 4 Also, Thülin, jetzt wird's ernst. Hier im Betriebshof müssen wir besonders auf den Arbeitsschutz achten. Deshalb findet man überall die Sicherheitszeichen. Kennst du ein paar Sicherheitszeichen? Hm, ich bin mir nicht sicher. Spontan fallen mir nur die Verbotszeichen ein. Richtig. Dann gibt es zum Beispiel noch Rettungszeichen, Brandschutzzeichen und Warnzeichen. Aha, und was bedeutet das? Hier sind zum Beispiel die Rettungszeichen. Die zeigen alles an, was mit Rettung und medizinischer Behandlung zu tun hat. Ja, das hier ist der erste Hilfekasten. Richtig. Rettungszeichen sind immer grün. Das hier sind Brandschutzzeichen. Diese zeigen uns immer an, was im Brandfall zu tun ist. Es ist zum Beispiel immer gut zu wissen, wo man einen Feuerlöscher findet. Brandschutzzeichen sind rot. Ich verstehe. Und die Warnzeichen warnen? Vor einer Gefahr, ja genau. Wir sammeln ja auch Batterien ein. Sie bestehen aus giftigen Stoffen. Die lagern wir hier drüben. Deshalb steht hier auch das Zeichen für giftige Stoffe. Du weißt wirklich bestens Bescheid. Vor lauter Gefahr würde ich am liebsten weglaufen. Da, wie das Männchen auf dem Zeichen für Fluchtweg. Ach, wir hoffen mal, dass du nicht so schnell hier weg willst. Du bist ja noch nicht so lange in unserem Team. Dialog 5 Rettungsdienst. Mein Name ist Harald Baum. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wir brauchen sofort Hilfe. Mein Kollege hatte einen Unfall. Es tut mir so leid. Ich habe die Mülltonne nicht richtig verriegelt. Langsam, langsam. Atmen Sie tief durch und bleiben Sie bitte ruhig. Wo sind Sie jetzt? Wir sind in der Lessingstraße. Nummer, ähm, gegenüber vom Friseurladen. Ach, da steht es. Lessingstraße 42. Was ist denn genau passiert? Mein Kollege, unser Fahrer Horst Sanders und ich waren auf der Abfuhrtour in der Südstadt und wollten die Restmüllbehälter entleeren als... Hatten Sie einen Unfall? Nein, nicht ich. Mein Kollege Sami Abdul. Als wir in der Lessingstraße ankamen, habe ich eine Mülltonne an den Müllwagen an die Kippvorrichtung gehängt und danach den Knopf zum Anheben und Kippen der Mülltonne betätigt. Ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Wie auch immer, jedenfalls ist die Tonne meinem Kollegen auf den Kopf gefallen. Okay, ist Ihr Kollege denn ansprechbar? Er ist zwar ansprechbar, aber er liegt noch auf dem Boden. Lassen Sie ihn bitte liegen. Legen Sie eine Jacke unter seinen Kopf und bleiben Sie bei ihm. Sind Sie allein oder sind noch weitere Kollegen da? Mein Kollege Horst Sanders ist noch da. In Ordnung. Kümmern Sie sich beide um Ihren Kollegen. Gibt es sonst noch Verletzte? Geht es Ihnen denn gut? Mir geht's gut, ja. Nein, es gibt keine weiteren Verletzten. Nur mein Kollege. Bitte kommen Sie schnell. Ja, das machen wir. Ich müsste noch eine Sache wissen. Welche Verletzungen hat Ihr Kollege denn? Er hat eine Wunde am Kopf. Er blutet stark. Versuchen Sie, die Blutung mit einem sauberen Tuch zu stoppen. Ein Krankenwagen kommt sofort und ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. Dialog 5 Rettungsdienst. Mein Name ist Harald Baum. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wir brauchen sofort Hilfe. Mein Kollege hatte einen Unfall. Es tut mir so leid. Ich habe die Mülltonne nicht richtig verriegelt. Langsam, langsam. Atmen Sie tief durch und bleiben Sie bitte ruhig. Wo sind Sie jetzt? Wir sind in der Lessingstraße. Nummer, ähm, gegenüber vom Friseurladen. Ach, da steht es. Lessingstraße 42. Was ist denn genau passiert? Mein Kollege, unser Fahrer Horst Sanders und ich waren auf der Abfuhrtour in der Südstadt und wollten die Restmüllbehälter entleeren als... Hatten Sie einen Unfall? Nein, nicht ich. Mein Kollege Sami Abdul. Als wir in der Lessingstraße ankamen, habe ich eine Mülltonne an den Müllwagen an die Kippvorrichtung gehängt und danach den Knopf zum Anheben und Kippen der Mülltonne betätigt. Ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Wie auch immer, jedenfalls ist die Tonne meinem Kollegen auf den Kopf gefallen. Okay, ist Ihr Kollege denn ansprechbar? Er ist zwar ansprechbar, aber er liegt noch auf dem Boden. Lassen Sie ihn bitte liegen. Legen Sie eine Jacke unter seinen Kopf und bleiben Sie bei ihm. Sind Sie allein oder sind noch weitere Kollegen da? Mein Kollege Horst Sanders ist noch da. In Ordnung. Kümmern Sie sich beide um Ihren Kollegen. Gibt es sonst noch Verletzte? Geht es Ihnen denn gut? Mir geht's gut, ja. Nein, es gibt keine weiteren Verletzten. Nur mein Kollege. Bitte kommen Sie schnell. Ja, das machen wir. Ich müsste noch eine Sache wissen. Welche Verletzungen hat Ihr Kollege denn? Er hat eine Wunde am Kopf. Er blutet stark. Versuchen Sie, die Blutung mit einem sauberen Tuch zu stoppen. Ein Krankenwagen kommt sofort und ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. Dialog 6 Schönen Feierabend, Herr Kelmendi. Ach, übrigens, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Sie sind ein zuverlässiger Fahrer. Weiter so. Oh, danke. Ja, wirklich. Auch Ihre Kommunikation mit den Fahrgästen ist freundlich und souverän. Danke. Das höre ich gern. Ich arbeite auch sehr gern bei Nuria. Wissen Sie schon, wie es nach der Testphase weitergeht? Dazu kann ich im Moment gar nichts sagen. Nuria ist noch jung und die Testphase dauert noch ein bisschen. Bestimmt können wir aber bald mehr dazu sagen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Danke, gleichfalls. Dialog 6 Schönen Feierabend, Herr Kelmendi. Ach, übrigens, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Sie sind ein zuverlässiger Fahrer. Weiter so. Oh, danke. Ja, wirklich. Auch Ihre Kommunikation mit den Fahrgästen ist freundlich und souverän. Danke, das höre ich gern. Ich arbeite auch sehr gern bei Nuria. Wissen Sie schon, wie es nach der Testphase weitergeht? Dazu kann ich im Moment gar nichts sagen. Nuria ist noch jung und die Testphase dauert noch ein bisschen. Bestimmt können wir aber bald mehr dazu sagen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Danke, gleichfalls. Dialog 7 Was ist denn los, Fabio? Ach, nichts. Wirklich? Nichts? Doch, ganz ehrlich mir. Die Chefin schon wieder. Ich ärgere mich, weil sie mich schon wieder nicht in der Frühschicht eingeteilt hat. Dabei ist das echt ungünstig für mich, wenn ich bis fünf arbeiten muss. Weißt du, meine Kinder kommen um halb drei aus der Schule und meine Frau ist nachmittags im Deutschkurs. Ja, das verstehe ich. Hast du das unserer Chefin deutlich genug gesagt? Na ja, nicht wirklich. Ich dachte, sie weiß, dass ich wegen meiner Familie nicht immer so lange auf der Arbeit bleiben kann. Hm, na ja, ich glaube, sie kann noch keine Gedanken lesen. Vielleicht musst du es ihr einfach direkt sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie könnte sich ärgern, wenn ich darüber spreche. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich es ansprechen kann? Hm. Am besten sprichst du es höflich an und erklärst ihr in Ruhe deine Situation mit deinen Kindern. Ich bin sicher, sie versteht das. Ja, das stimmt. Das könnte ich mal versuchen. Ja, mach das auf jeden Fall. Du kannst ihr auch gern sagen, dass du meine Frühschichten übernehmen kannst. Und ich nehme dafür deine Spätschichten. Dann kann ich länger schlafen. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke für das Angebot. Dialog 7 Was ist denn los, Fabio? Ach, nichts. Wirklich? Nichts? Doch, ganz ehrlich mir. Die Chefin schon wieder. Ich ärgere mich, weil sie mich schon wieder nicht in der Frühschicht eingeteilt hat. Dabei ist das echt ungünstig für mich. Wenn ich bis fünf arbeiten muss. Weißt du, meine Kinder kommen um halb drei aus der Schule und meine Frau ist nachmittags im Deutschkurs. Ja, das verstehe ich. Hast du das unserer Chefin deutlich genug gesagt? Na ja, ich glaube, sie kann noch keine Gedanken lesen. Vielleicht musst du es ihr einfach direkt sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie könnte sich ärgern, wenn ich darüber spreche. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich es ansprechen kann? Hm. Am besten sprichst du es höflich an und erklärst ihr in Ruhe deine Situation mit deinen Kindern. Ich bin sicher, sie versteht das. Ja, das stimmt. Das könnte ich mal versuchen. Ja, mach das auf jeden Fall. Du kannst ihr auch gern sagen, dass du meine Frühschichten übernehmen kannst. Und ich nehme dafür deine Spätschichten. Dann kann ich länger schlafen. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke für das Angebot. Nun, Herr Schirwani, Sie haben mich um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Um was geht es denn? Nun ja, ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Es ist so, im Moment haben wir eine schlechte Auftragslage. Deswegen mussten Sie ja schon einige neuen Kollegen kündigen. Ich habe im Moment Angst, dass auch ich in der nächsten Zeit gekündigt werden könnte. Können wir offen miteinander sprechen? Hm. Nun, wir haben tatsächlich wenig Aufträge und dadurch auch wenig Einnahmen. Dafür haben wir aber hohe Kosten bei den Elektroautos. Wenn sich die Lage nicht verbessert... Ich verstehe. Also, es gibt von meiner Seite Neuigkeiten. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich könnte bei den Verkehrsbetrieben als Busfahrer arbeiten. Ich müsste aber schnell eine Entscheidung treffen. Die Verkehrsbetriebe suchen jetzt gerade dringend Personal. Sie wollen also kündigen und die Möglichkeit nutzen? Nun ja. Die Verkehrsbetriebe sind ein attraktiver Arbeitgeber. Ich kann Sie schon verstehen. Dialog 8 Nun, Herr Schirwani, Sie haben mich um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Um was geht es denn? Nun ja. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Es ist so. Im Moment haben wir eine schlechte Auftragslage. Deswegen mussten Sie ja schon einige neuen Kollegen kündigen. Ich habe im Moment Angst, dass auch ich in der nächsten Zeit gekündigt werden könnte. Können wir offen miteinander sprechen? Nun, wir haben tatsächlich wenig Aufträge und dadurch auch wenig Einnahmen. Dafür haben wir aber hohe Kosten bei den Elektroautos. Wenn sich die Lage nicht verbessert... Ich verstehe. Also, es gibt von meiner Seite Neuigkeiten. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich könnte bei den Verkehrsbetrieben als Busfahrer arbeiten. Ich müsste aber schnell eine Entscheidung treffen. Die Verkehrsbetriebe suchen jetzt gerade dringend Personal. Sie wollen also kündigen und die Möglichkeit nutzen? Nun ja. Die Verkehrsbetriebe sind ein attraktiver Arbeitgeber. Ich kann Sie schon verstehen. Dialog 9 Guten Tag, Herr Abdul. Sie wollten mit mir über eine Elternzeitregelung sprechen. Richtig? Guten Tag, Frau Heimann. Ja, richtig. Meine Frau geht in vier Wochen in Mutterschutz. Ich verstehe. Unser Kind wird in etwa zweieinhalb Monaten geboren. Es wird ein Mädchen. Ich würde gern einen Teil der Elternzeit nehmen. Es ist unser erstes Kind. Und ich weiß nicht, wie die Elternzeit für Väter gesetzlich geregelt ist und wie das hier bei den Stadtwerken bewilligt wird. Können Sie mir dazu bitte mehr sagen? Also erst einmal die rechtlichen Regelungen. Später können wir dann über ihre Vorstellungen sprechen. Laut Gesetzgeber können beide Elternteile drei Jahre lang in Elternzeit gehen. Und beide Elternteile können auch gleichzeitig Elternzeit nehmen. Ach so. Wir müssen das also gar nicht hintereinander in Anspruch nehmen. Und die drei Jahre müssen auch nicht auf beide Eltern aufgeteilt werden? Genau. Das heißt, ihre Arbeitsplätze müssen drei Jahre lang für sie beide gesichert werden. Im Übrigen muss man die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen. Mütter können auch nach dem Ende der Schutzfrist, also acht Wochen nach der Geburt, wieder arbeiten. Bekommen wir während dieser Zeit weiter unser Gehalt? Sie bekommen während ihrer Elternzeit kein Gehalt, sondern Elterngeld vom Staat. Jedoch zu zweit maximal 14 Monate. Ist das Elterngeld genauso hoch wie das Gehalt? Nein, im Durchschnitt sind das 65 Prozent des Nettogehalts. Aber höchstens 1800 Euro netto im Monat. Ich verstehe. Wann müsste ich Ihnen mitteilen, dass ich in Elternzeit gehe? Das müssen Sie sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich mitteilen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Vielen Dank. Dann müssen meine Frau und ich noch ein paar Entscheidungen treffen. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, wie Sie sich die Elternzeit aufteilen wollen oder ob Ihre Frau die gesamte Zeit in Anspruch nimmt und Sie nur ein paar Wochen... Dialog 9 Guten Tag, Herr Abdul. Sie wollten mit mir über eine Elternzeitregelung sprechen, richtig? Guten Tag, Frau Heimann. Ja, richtig. Meine Frau geht in vier Wochen in Mutterschutz. Ich verstehe. Unser Kind wird in etwa zweieinhalb Monaten geboren. Es wird ein Mädchen. Ich würde gern einen Teil der Elternzeit nehmen. Es ist unser erstes Kind und ich weiß nicht, wie die Elternzeit für Väter gesetzlich geregelt ist und wie das hier bei den Stadtwerken bewilligt wird. Können Sie mir dazu bitte mehr sagen? Also erst einmal die rechtlichen Regelungen. Später können wir dann über Ihre Vorstellungen sprechen. Laut Gesetzgeber können beide Elternteile drei Jahre lang in Elternzeit gehen und beide Elternteile können auch gleichzeitig Elternzeit nehmen. Ach so. Wir müssen das also gar nicht hintereinander in Anspruch nehmen. Und die drei Jahre müssen auch nicht auf beide Eltern aufgeteilt werden? Genau. Das heißt, Ihre Arbeitsplätze müssen drei Jahre lang für Sie beide gesichert werden. Im Übrigen muss man die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen. Mütter können auch nach dem Ende der Schutzfrist, also acht Wochen nach der Geburt, wieder arbeiten. Bekommen wir während dieser Zeit weiter unser Gehalt? Sie bekommen während ihrer Elternzeit kein Gehalt, sondern Elterngeld vom Staat. Jedoch zu zweit maximal 14 Monate. Ist das Elterngeld genauso hoch wie das Gehalt? Nein, im Durchschnitt sind das 65 Prozent des Nettogehalts. Aber höchstens 1800 Euro netto im Monat. Ich verstehe. Wann müsste ich Ihnen mitteilen, dass ich in Elternzeit gehe? Das müssen Sie sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich mitteilen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Vielen Dank. Dann müssen meine Frau und ich noch ein paar Entscheidungen treffen. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, wie Sie sich die Elternzeit aufteilen wollen oder ob Ihre Frau die gesamte Zeit in Anspruch nimmt und Sie nur ein paar Wochen... Dialog 10 Hallo Frau Schmitz, schön, dass Sie da sind. Haben Sie gut hierher gefunden? Guten Tag, Frau Niermann. Ja, das war ein bisschen kompliziert. Ich habe mich erst einmal ganz schön verlaufen. Aber glücklicherweise bin ich ja früh losgefahren und konnte es noch rechtzeitig schaffen. Ja, diese kleine Straße ist wirklich nicht so leicht zu finden. Aber jetzt wissen Sie ja, wo wir sind. Setzen Sie sich gern und möchten Sie etwas trinken? Vielen Dank, nicht nötig. Gut, dann können wir direkt anfangen. Sie haben mir geschrieben, dass Sie kürzlich Ihre Gesellenprüfung zur Friseurin abgelegt haben. Glückwunsch. Wir suchen ja auch eine fertige Friseurin. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Jetzt muss ich mich erst einmal erholen. Nächste Woche fahre ich in Urlaub. Ja, Sie haben geschrieben, dass Sie ab September zur Verfügung stehen. Für uns wäre der August natürlich besser, weil die Kollegin in Mutterschutz geht. Aber wir werden das schon schaffen. Erzählen Sie doch ein bisschen von sich und Ihrer Ausbildung. Dialog 11 Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Sehen Sie, ich habe letzte Woche diesen Pullover bei Ihnen gekauft. Ich finde ihn sehr schön, aber leider bin ich allergisch gegen das Material. Als ich den Pullover getragen habe, bekam ich rote Flecken an den Armen. Oh, das habe ich noch nie gehört. Sind Sie sicher, dass es von dem Pullover kommt? Ja, ich habe es zweimal probiert. Ganz sicher. Deshalb würde ich den Pullover gern zurückgeben. Erstatten Sie vielleicht den Kaufpreis? Mal sehen, ob ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Ach nein. Der Pullover war ein Sonderangebot. Da kann ich Ihnen leider nur einen Gutschein anbieten. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich allergisch gegen das Material bin. Können Sie da keine Ausnahme machen? Der nächste Pullover macht wahrscheinlich die gleichen Probleme. Normalerweise darf ich das nicht. Aber dies ist wirklich eine besondere Situation. Wir werden den Kaufpreis also ausnahmsweise erstatten. Dialog 11 Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Sehen Sie, ich habe letzte Woche diesen Pullover bei Ihnen gekauft. Ich finde ihn sehr schön, aber leider bin ich allergisch gegen das Material. Als ich den Pullover getragen habe, bekam ich rote Flecken an den Armen. Oh, das habe ich noch nie gehört. Sind Sie sicher, dass es von dem Pullover kommt? Ja, ich habe es zweimal probiert. Ganz sicher. Deshalb würde ich den Pullover gern zurückgeben. Erstatten Sie vielleicht den Kaufpreis? Mal sehen, ob ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Ach nein, der Pullover war ein Sonderangebot. Da kann ich Ihnen leider nur einen Gutschein anbieten. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich allergisch gegen das Material bin. Können Sie da keine Ausnahme machen? Der nächste Pullover macht wahrscheinlich die gleichen Probleme. Normalerweise darf ich das nicht, aber dies ist wirklich eine besondere Situation. Wir werden den Kaufpreis also ausnahmsweise erstatten. Dialog 12 Hallo, Herr Lohmann. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Mir auch, danke. Aber da ist etwas, das ich gern mit Ihnen besprechen möchte. Natürlich gern. Worum geht es denn? Ich weiß, dass Sie vor ein paar Monaten Vater geworden sind. Und ich freue mich sehr für Sie. Aber kann es sein, dass Sie im Moment viel Stress mit dem Baby haben? Naja, ich bekomme im Moment nicht so viel Schlaf. Das Baby wird oft wach und weint. Meine Frau und ich teilen uns die Arbeit, wissen Sie? Das verstehe ich natürlich. Aber Sie waren in den letzten Wochen wirklich oft unpünktlich bei der Arbeit. Das geht so nicht. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Ja, klar. Ich tue mein Bestes, um immer pünktlich zu sein. Das ist nicht leicht im Moment. Manchmal verpasse ich morgens die Bahn. Wenn morgens nicht genug Personal im Geschäft ist, ist das nicht kundenfreundlich. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Bitte entschuldigen Sie. Ich werde es in Zukunft besser machen. Dialog 12 Hallo, Herr Lohmann. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Mir auch, danke. Aber da ist etwas, das ich gern mit Ihnen besprechen möchte. Natürlich gern. Worum geht es denn? Ich weiß, dass Sie vor ein paar Monaten Vater geworden sind. Und ich freue mich sehr für Sie. Aber kann es sein, dass Sie im Moment viel Stress mit dem Baby haben? Na ja, ich bekomme im Moment nicht so viel Schlaf. Das Baby wird oft wach und weint. Meine Frau und ich teilen uns die Arbeit, wissen Sie? Das verstehe ich natürlich. Aber Sie waren in den letzten Wochen wirklich oft unpünktlich bei der Arbeit. Das geht so nicht. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Ja, klar. Ich tue mein Bestes, um immer pünktlich zu sein. Das ist nicht leicht im Moment. Manchmal verpasse ich morgens die Bahn. Wenn morgens nicht genug Personal im Geschäft ist, ist das nicht kundenfreundlich. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Bitte entschuldigen Sie. Ich werde es in Zukunft besser machen. Dialog 13 Hallo, Irina. Willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Ich bin Mihai und arbeite schon seit fünf Jahren hier. Hallo, Mihai. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Wir haben echt Verstärkung gebraucht. Du fährst heute mit mir. Ich zeige dir gleich, wo die Kleiderkammer ist. Da kannst du deine Arbeitshandschuhe, den Anzug und die Schuhe abholen. Das habe ich schon gemacht. Ich war heute Morgen sehr früh da. Oh, sehr gut. Dann brauche ich dir nichts mehr zu zeigen. Du kannst dich direkt umziehen gehen. Alles klar, das mache ich. Gut. Wir treffen uns in einer Viertelstunde auf dem Parkplatz. Weißt du, wo der ist? Ja, den habe ich schon gesehen. Wunderbar. Dann kann es direkt losgehen. Bis gleich. Bis gleich. Dialog 13 Hallo, Irina. Willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Ich bin Mihai und arbeite schon seit fünf Jahren hier. Hallo, Mihai. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Wir haben echt Verstärkung gebraucht. Du fährst heute mit mir. Ich zeige dir gleich, wo die Kleiderkammer ist. Da kannst du deine Arbeitshandschuhe, den Anzug und die Schuhe abholen. Das habe ich schon gemacht. Ich war heute Morgen sehr früh da. Oh, sehr gut. Dann brauche ich dir nichts mehr zu zeigen. Du kannst dich direkt umziehen gehen. Alles klar, das mache ich. Gut. Wir treffen uns in einer Viertelstunde auf dem Parkplatz. Weißt du, wo der ist? Ja, den habe ich schon gesehen. Wunderbar. Dann kann es direkt losgehen. Bis gleich. 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 Bis gleich.